Schnell, er kommt! Komm schon, Piper. Komm schon, reiß dich zusammen. Wir brauchen dich. Oh, Susi hat auch keine Kräfte mehr. Egal, der Plan kann immer noch funktionieren. Hol die Kristalle. Mir kommt dies Ende ein bisschen zu einfach vor, nach all den Jahren. Findet ihr nicht auch? Piper! Ihr dürft Prue von mir grüßen. Phoebe! Am schwächsten waren deine Kräfte kaum der Rede wert. Dein Tod jedoch ist es. Paige, jetzt! Kristall! Und dies ist der Moment, in dem das Böse siegt. Balthasar! Nein. Das schwarze Nichts. Los, der Spruch! Prudence, Patricia, Penelope, Melinda, Alfred, Elena, Laura und Grace. Ihr Heliwell-Hexen steht uns bei. Entfernt dies Böse und macht uns frei! Nein! 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 Nein!